Ja, hallo Freunde und willkommen zurück bei Ghostbusters The Video Game. Ohne viel Schnickschnack gehen wir jetzt direkt wieder zu den dicken Frauen. Viel Spaß. Eine dicke Opernsängerin. Das passt ja wieder in jedes Klischee. Die dicke Dame singt. Die dicke Dame singt. Oh, ist nicht nur eine dicke Dame. Peter, kümmere dich doch mal um sie. Was soll das heißen, dass ich dicke Frauen mag? Ich gehe ein einziges Mal mit einem ruhigen Mädchen aus. Bei einem Blind Rape und ihr Typen fangen immer wieder davon an. Rein da. Geh nicht runter. Oh, da hinten haben wir noch eine. Da haben wir auch noch eine. Gibt es aber auch viele von den decken Frauen hier. So, wieder einer weg. Fakulär, jawohl. Wir haben ihn verloren. Leider. Mach die schlappe Stulle fertig. Hey. Autsch. Wir sehen, dass du die Daten backst. Ja, wir haben ihn verloren. Oh, ich will den auch packen. Pass auf, über dir. Du spielst einen harten Ball zu. Höhe dich. Oh, ist der Vokaro. Reiner mit. Wir haben der Menschheit einen Gefallen getan. Hindenburg ist eine furchtbare Show. Times Square. Post-Urbaner Erneuerung. Alles glänzend und sauber. Ich liebe es. Sag mal, ist der das? Er ist schwer zu übersehen. Wie dicht müssen wir ran, damit die große Falle ihn erwischt? Sehr viel näher als das. Was hat er jetzt wieder vor? Er sucht etwas. Sucht er nach etwas oder nach jemandem? Wie Sie hinter mir sehen, herrscht absolutes Chaos auf den Straßen. Die Behörden unternehmen alles, um eine Panik zu verhindern. Hier draußen regiert der reine Wahnsinn. Der allseits beliebte Marshmallow-Mann, Star der beliebten Kinder-Fernsehsendung, läuft Amok. Das ist nicht der Marshmallow-Mann, den wir alle lieben. Glücklicherweise sind die Geisterjäger hier, um die Normalität wiederherzustellen. Er ist beschädigt. Ich muss ihn reparieren, sonst haben wir keine Chance. Wir müssen von hier nach dort und sicherstellen, dass der große Typ nicht bekommt, wonach er sucht. Gute Strategie, aber gefährlich. Da ist viel offenes Gebiet zu überqueren. Alles klar, Kumpel. Jetzt heißt es du und ich. Ab über den Times Square und in das Gebäude, das den Marshmallow-Mann so interessiert. Ihr Jungs, haltet ihn uns vom Leib, wenn ihr euch das zutraut. Er weiß, dass du da bist, Ray. Das scheint ihm nicht zu gefallen. Ja, er hat uns entdeckt. Los, weiter. Halt dich von den Füßen fern. Er bestompft dich sonst platt. Bosonpfeile! Nett! Der Bosonpfeil hat es ihm echt besorgt. Mal sehen, ob er einen Nachschlag will. Nachschlag, kapiert? Ich kann auch schlagfertig sein. Ja, du bist auch schlagfertig. Da kommt er! Ausweich-Manöver! Bleib dicht bei mir und so weit weg von ihm, wie du kannst. Venkman! Du musst ihn ablenken. Venkman! Holst du Kaffee? Venkman holt gerade Kaffee. Bosonpfeile machen ihn schlapp. Schlapp wirkt er für mich nicht. Oh! Oh, schnell ist, äh... Log ihn nach hier drüben! Völlig akzeptabel. Ja, Dicker. Jetzt noch ein paar. Oh! Hang hier fest. Okay. Da fliegen wir dir die Marshmallows. Oh, Mann, ey! Mann, der ist echt sauer! Da geht's rein! Halt zum Türbruch! Jetzt aber schnell. Rein finde ich gut. Alles okay, Geisterjäger. Nur ein Klasse-Fünf-Gedanken-Vorm-Durchriss. Die Profis sind vor Ort. Nicht ruhig zu den Ausgängen. Keine plötzlichen Bewegungen. Was zu... Guck, guck. Die sehen ja nicht sehr begeistert aus. Alles voll. Aufwärts. Er, äh... Hat er die fahren lassen. Nehmen Sie den Nächsten. Ruhig, Sir! Wir haben ständig mit üblen Nebeln zu tun. Sie sagten, bleiben wir zum Essen da. Warum das Gebäude verlassen? Alles schön relaxed, haben Sie gesagt. Sie sind gefeuert. Sie haben recht. Ich wusste insgeheim, dass wir in Gefahr sind und dachte mir, hey, ich sorge dafür, dass Marc mit mir im Fahrstuhl fest sitzt. Entschuldigung? Bleib bei mir, Hoss. Da wartet bestimmt noch mehr Spaß auf uns. Hoss. Na dann. Ach, ich hab ihn verfehlt. Mitten ins Wespennest, Kumpel. Ah, jetzt. Guter Schutz. Ah, ha, ha. Da steht. Aufschritt. Ritter im strahlenden Protonenpack. Boah, wir reißen den Laden ab, ja. Bankman, bitte melden, wie viel oben herrscht wildes Durcheinander. Überall fehlen Teile des Gebäudes. Wir brauchen dich jetzt hier. Schön, dass ich gebraucht werde, aber diese Zuckerkugeln haben mich festgenagelt. Ich komm nicht dran vorbei. Die sind eklig und ungesund. Hab ich erwähnt, dass hier eine besonders holdemeite in Not ist? Bin schon unterwegs. Gibt's hier eine besonders holdemeite? Alles klar. Showtime. Ah! Oh ja, geht's wirklich? Nein! Hilfe! Hilfe! So, die Ruhe, Miss. Ruhig. Keine plötzlichen Bewegungen. Sie sind jetzt absolut sicher. Bewegungen! Plötzliche Bewegungen! Oh, da kommen wieder die Kleinen. Los, weiter. Lauf! Ja, die bin ich auch ungerissen. Wow! Guck dir das an, Kumpel. Was für ein Blick, hä? Manhattan. Ich liebe es. Du hast sie nicht alle. Los, komm weiter her. Also, ha, ha, ha. Du hast echt Glück, jemand so speziellen wie mich getroffen zu haben. Okay? Alles okay. Dr. Bankman passt auf Sie auf. Alles wird gut. Du hast doch nicht deinen Kaffee verschüttet, Peter. Ray, ich hatte Kaffee für uns alle. Aber die kleinen Monster haben ihn verschüttet. Was ist überhaupt mit diesen Dingern los? War das eine Manifestation von Gose? Ja, vermutlich. Wärmöglich. Könnte sein. Wollen wir auf dem direkten Weg dahin oder lieber die landschaftlich schöne Strecke nehmen? Die Dame hat die Wahl. Da drüben ist eine Treppe. Los. Wow, ja. Elegant unter Stress. Wie Emilia Earhart. Gefällt mir bei Frauen. Okay, Kumpel. Wir beide erledigen das schnell und leise, bevor unser Wackeltyp da draußen rausfindet, was wir vorhaben. Ich fürchte, der Wackeltyp hat ziemlich gute Ohren, Ray. Komm mal rauf da. So kommen wir hier bestimmt nicht raus. Naja, eine Sekunde lang war es ein guter Plan. Okay, mal sehen. Was hat man gemacht, bevor es Stufen gab? Leitern? Oder ist man nur von Stein zu Stein gesprungen? Dann gehen wir nach oben. Zum Dach. Na, hallo auch. Der Marshmallowmann hat uns gesehen. Tempo, Tempo. Tempo, Tempo. Wo ist die Lady? Klingelt ihr daher. Die Wut kennen wir doch schon. Das war doch gar ein Tiki aus dem Museum. Und auch die von dem Fahrstuhl. Da lang. Tja, hilft ein bisschen. Okay. Los doch. Auf geht's. Oh, und die Geräusche sagen noch eigentlich schon, was Sache ist. Wow, blöd Mann. Der riecht schon auf, der ist noch heiß. Zurück gleich. So wird das gemacht. Gute Arbeit, Leute. Den haben wir heiß gemacht. Kostenlose Süßigkeiten für alle von der 54. bis zur 5th Avenue. Happy Thanksgiving. Da geht er hin, denn der böse Seemann ist ganz hoch. Oh, nicht ganz. Er hat's nicht geschafft. Hey, wait. Wenn dich drei Typen so groß wie dein Finger ein 30-stöckiges Haus runterwerfen würden und du wieder ganz hochklettern müsstest, um sie auseinanderzunehmen, wie sauer wärst du auf die Typen? Ich wäre verdammt sauer. Dazu kommt noch der Zuckerrausch. Der riesige blau-weiße Typ. Mann. Was auch immer. Kommt schon wieder. Er klettert am Gebäude hoch. Braucht doch nicht sowas. Überraschend, wie flink er ist. Man bedenke, dass er keine Knochen hat. Gute Nachrichten. Wir haben den Super-Sperre-Einsatz bereit und das Ektor 1 ist unterwegs. Könnt ihr den Marshmallow-Mann ein paar Minuten aufreißen? Wenn ein paar weniger als eine Minute heißt, dann ja. Hey, hat jemand gesagt, es wäre schon Pause? Keine Sorge, wir haben dich. Wenn du schon da unten bist, könntest du die Zuckerkugel nochmal über die Seite hauen? Alles klar. Jetzt hänge ich hier an dem Hochhaus. Und der Marshmallow-Mann kommt. Alles klar, Sonnenschein. Bist du okay? Du bist festgeschnallt und wir haben dein Gürze fest in der Hand. Da kommt er. Die Maxi unter der Manifestation. Oh Mann, ein fliegender Klumpen, dichtgepackter Marshmallow. Oh Mann, drehe den Häufling in vollem Strahlen. Er hat recht, Zubi. Deine Gesundheitsversicherung beginnt erst in 89 Tagen. Noch mehr Minis. Wie viele kann der eigentlich gehen, Daniel? Aus einem geliehen 19.000 Quadratmeter großen Marshmallow? Das ist unvorstellbar. Oh Mann. Komm. Vertreib mich, wo du Sack. Mini-Marshmallows fällt an die Wand hoch. Ja, er sieht sehr wütend aus. Wir haben schon ganz gut angegrillt hier. Komm, das reicht noch nicht, hä? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Mach ihn mit deinen Bosonpfeilen weich. Der ist doch schon weich. Ist doch ein Marshmallow, Mann. Ja, aber bald ist noch weich gegrillt. Du hast ihn in der Ecke, Pumpe. Lande noch einen letzten, damit wir nach Hause können. Ui. Das war mein Nachtisch. Der Punktestand lautet Geisterjäger 2, Goza, der Gozaianer 0. Anscheinend bist du bereit für die Oberliga Champ. Ja, wenn ihr sagt. Ray, Peter, sind in Position. Falle ist fertig. Wir sind bereit, den Marshmallow Mann zu fangen. Wo ist er? Er ist die weiße Pfütze, durch die du gerade fährst. Das Timing ist knapp daneben, Egan. Aber gut, dass die Falle wieder funktioniert. Ich schätze, ich verdanke euch Jungs mein Leben. Sie ist sauber. Wie fühlen Sie sich? Ziemlich gut. Wenn man all die merkwürdigen Dinge außen vor lässt. Eigentlich ein ganz normal bescheuerter Tag im Büro. Hey, wissen Sie, ich vergesse nie ein Gesicht. Wir haben uns schon mal getroffen. Im Sedgewick Hotel. Sie haben mich damals abserviert wie kalte Suppe. Mein Name ist Elyssa. Dr. Elyssa Selwyn. Ich bin Dr. Peter Venkman. Das ist Egan, Ray, Winston. Und ihn haben Sie getroffen. Mhm, die Geisterjäger. Waren Sie je zuvor in dieser Art von Quanten-Tempo-Wallres-Ereignis verwickelt? Quanten-was? Es heißt Lichtbogen. Eine große Welle psychischer Energie. Ja, ich war im Museum. Eine Welle aus blauem Licht schoss durch das Gebäude. Und dann stand ich vor einem Zimmer in der 13. Etage eines alten Hotels. Das Sedgewick. Das Sedgewick hat keine 13. Etage. Es hat mich angezogen wie ein Magnet. Ich fühlte mich wie in einem Traum. Ich musste einfach hierher kommen. Hierher? Es ist mein Übergangsbüro, wenn ich in der Stadt bin. Ich wollte etwas nachschauen, nachdem ich aufwachte. Wir würden im Labor gern ein paar kurze Tests machen und Ihnen ein paar weitere Fragen stellen. Die erste wäre, gehen wir heute zum Thai oder zum Mexikaner? Wow, Dr. Venkman! Das waren fast 45 Sekunden ohne eine Anmache von Ihnen. Wollen Sie das nächste Mal auf eine ganze Minute gehen? Ein Doktor. Und so feurig. Ein feuriger Doktor. Gefällt mir das? So, das war es erstmal wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Ghostbusters Video Game. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Sagt, haut rein und bis die Nächte. Bis dahin wünsche ich euch.